Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK mit eurem Marito und dem Hansi. Grüß dich! So. Wir waren gerade dabei hier Holz nachzulegen, um unser Metall durchschmelzen zu können. Feuer entzünden. So. Wir brauchen mehr Metall, ne? Und wir wollten einen Sattel für unseren Triceratops herstellen. Und dazu fehlt uns Holz und Fasern. Fasern müssten wir hier haben, ne? Ja. Das kannst du auch mal da lassen. Feuerstein. Lass du mal hierher, haben wir kein Holz, ne? Ne. Kein Holz vor der Hütte. Stroh brauchen wir auch nicht und die eine Beere kommt natürlich auch hier rein, ne? Okay, Freunde. Ich gehe mal eben hier ein bisschen Holz holen. Auf der 6. Müsste sich schon ausgehen, oder? Da ist der Falsche. Je nach. Passt. Wir brauchen Wasser. Wasser. Er ist halt gerade so ewig langsam. Wieso ist er gerade so ewig langsam? Trink's gleich einmal. Schau her. Passt. Der Baum stört mich hier auch schon länger. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir jetzt hier eine Holzhütte herbaue, aber wir kennen auch so wenig von der Map, ihr Lieben. Und wir werden sicher einen besseren Spot finden, wo ich dann vielleicht auch... Schau her. Wo ich dann vielleicht auch hergehe und sage, nee, ich mag jetzt eigentlich gar nicht das Holzboden, sondern auch Stein. Deswegen würde ich die Holzhütte hier jetzt quasi überspringen. Boah, was haben wir jetzt da an Holz rausgebracht, ne? Stapel teilen, halbieren. Hier gleich was nachlegen. Ist er schon durch? Ne, ist er nicht durch. Und hier lege ich auch gleich noch Holz nach. Somit haben wir genug zum Essen wieder. Das nimmst du mit. Was kriegst du? Inventar öffnen. Zack. So. Wie geht's uns? Nahrung und Wasser geht runter. Wie sau. Ich habe doch gerade gegessen und getrunken. So. Ich gehe jetzt hier wieder in die Ausdauer noch rein. 35, wir werden jetzt nichts. Wir werden jetzt hier mal mit Imsa hier nicht runterfallen am besten. Also an Reittieren haben wir jetzt schon ein bisschen was. So, und wie geht das jetzt? Wenn ich jetzt hier mit der linken Ausdauer drücke müsste, der den... Oha. Oha. Und der sammelt das alles ein, oder wie? Geil. Oha, jetzt ist es aber schon langsam. Kann ich Imsa hier... Ey, das ist aber super zum Farmen. Hat halt relativ wenig Ausdauer. So, dann stellen wir hier mal quasi als Eingangspanzer hin. Nee. Eh. So. Erstmal einmal noch Gesundheit und... Ja, da freust du dich, gell? Und dann gehen wir... Okay, der haut aber mehr Stroh raus als Holz. Interesting. Ähm... Da war gerade irgendein Saurier dir, ne? Schauen wir uns jetzt an. Da möchte ich ein bisschen in die Richtung heute noch erkunden. So ein Tagesausflug, wie spät ist. 17 Uhr, okay, wir gehen... Es geht wieder in die Nacht. Verdammt. Verdammt, hier habe ich doch gerade so ein sauerer Fisch gesehen. Habt ihr auch gehört? Wo bist du denn? Man merkt auch langsam, wird Marito immer mutiger. Und traut Hans ihm mehr zu. Da vorne waren doch letztes Mal die bösen Raptoren, ne? Oder was auch immer das war. Weiß nicht mehr genau. Ah, ist schon mega, der Dschungel hier. Ist echt, echt mega, was bist du. Eine tote Schlange. Wer hat dich tot gemacht? Ähm... Ein bewusstloser Tritt Ceratops. Da flog was? Was flog da? Das sind das da hinten für eine... Da ist gerade irgendwas für ein kleines geflogen. Okay. Was ist denn? Parasaurus? Ja, das Fleisch lassen wir da nicht liegen, oder? Wenn es schon da ist. Da ist so ein... ein... Kompi? Mein Kompi wird doch nicht den riesen Tritt Ceratops da hingelegt haben, oder? Muss doch fast irgendwas Größeres unterwegs sein. Hier voll der ausgetrampelte Pfad, ne? Da bin ich immer ein bisschen so am überlegen, ist es sinnvoll, denen nachzugehen oder nicht? Es ist mir fast gerade ein bisschen zu ruhig hier. Kann ich dir hier auch? Wo liegen es denn? Das sieht man fast nicht. Mal wieder Metall. Ja, da muss doch irgendwie andere Metallspots geben, oder? Kann ja nicht sein, dass das alles ein Metall ist, was es hier gibt auf der Map. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da was wisst, Lieben. So, das war ich. Fuck, ich habe kein Wasser. Gut, dann gehen wir zurück, holen wir uns Wasser. Dann schauen wir, was wir uns als nächstes bauen, ne? Das dürfte ja ein Brontosaurus oder so sein dort. Das ist nur ein Dodo. Das ist nur ein Dodo. Ich habe hier kurz schauen. Ein bisschen Überblick. Bewahren. Stegosaurus müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kenne mich jetzt mit Dinos nicht so gut aus, ne? Wie ihr schon gemerkt habt. Aber meine Kinder haben immer gern den Dino-Zug geschaut auf Netflix. Und daher kenne ich so den einen oder anderen. Ja, ja, ich bin erschöpft. Ich habe Durst, ich weiß. Ich bin schon am Gehen. Hallo Dodo. Hallo Dodo. Hallo Dodo. Hallo Dodo. Hallo Dodo. Hallo Dodo. Ja, mittlerweile haben wir schon einen ganz schönen Fuhrpark hier, ne? Ja, ja, ja. Komm schon. So, sieben, acht, neun. Wieder alles aufgefüllt. Passt. Schauen wir hier noch, wie spät ist es? 19 Uhr. Ob man hier noch irgendwo Eisen finden. Also Metall. Es ist halt alles echt nicht viel, ne? Es ist halt leider echt nicht viel. Hm. Und Kristallen müssen wir auch unbedingt finden für so ein Fernrohr, ne? Das wissen wir bis jetzt auch noch nicht, wie es ausschaut. Also ihr wisst es wahrscheinlich, ich halt nicht. Jetzt holen wir mal hier so ein Metall ran. Da schmelzt man dann gleich alles ein in der Nacht. Na ja, bald sind wir überladen. Was ist denn das für ein riesiges Viech? Der hat einen ganz anderen Schwanz wie der. Wahnsinn. Also ich finde, die Dinos haben es immens genial gemacht, ne? Finde ich echt toll. So, da haben wir jetzt halbwegs aufgeräumt. Steck das mal weg. Kannst du so noch was trinken? Jawohl. Das heißt, trinkenstechnisch sind wir voll. Ist noch was. Dann müssen wir schauen, dass wir Level 38 werden jetzt, ne? So, was brauchten wir, was hatten wir uns für die Ambrus gefiel eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hier ist heiß, ja. Darum habe ich mir auch keinen Pelz geholt. So, mein Freund. Lieber Sven. Sind wir sicher gleich nicht mehr heiß. Jetzt ist mir gleich wieder kalt. Du stellst dich auch darüber, bitte. Komm her. Ja, komm her, Sven. So, was haben wir hier? 47, ne? Da kommt zumindest ein bisschen was raus. Ich glaube, jetzt können wir uns aber auch die Ambrus bauen, ne? Die Ambrust. Holz, Metallbahn. Holz. Und was war noch? Jetzt habe ich nicht geschaut, was das dritte war. Ambrust. Fasern. Holz. Haben wir nicht mehr Fasern? Um sich das so ausgeht. Sehr viel Feuerstein. Zu Feuerstein haben wir definitiv genug jetzt erstmal. Das finde ich ein bisschen umständlich, dass man das immer da reinlegen muss, ne? Öh, Fasern. Zu wenig Fasern. Wieso ist es mir heiß, wenn es eh so viel regnet? Da haben wir schon wieder ein Level Up. Müssen wir 36 werden jetzt. Glaube ich. Da bin ich ja schon gespannt, wie es dann wird mit Zähmen von so einem Flugding, ne? Den können wir eigentlich eh nur, ja, wenn er am Boden ist, mit Pola fixieren. Und diese Flugsaurier sind doch, glaube ich, auch Pflanzenfresser, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ne? Ja, Tyrannodons. Also wenn ich jetzt an Dino-Zug denke. Du hast gekackt. Das finde ich immer ganz fein. So. Sollten wir auf jeden Fall genug haben. Uah, für eine arme Brust. Jawohl, ja. Sehr gut. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Achso, warte mal. Ich sollte eigentlich gleich wieder ein Narkosemittel herstellen. Das wäre sicher auch von Vorteil, ne? Also die kommen wieder mit. Dann kommt hier das verdorbene Fleisch mit. Zack, zack. Und das war da bei den Medikamenten, ne? Sieben. Ja, das ist nicht so viel. Wir hätten mich gerne noch ein paar Betäubungspfeile. Äh, Pfeile an sich brauchten wir. Pfeile. Stroh, Fasern, Feuerstein. Fasern. Stroh und Feuerstein. Hundert Stück. Jawohl. Das klingt gut. Dann schauen wir gleich, was wir hier jetzt leveling. Ähm. Ist mal was. Gewicht sind wir schon aufzunehmen. Die Frage ist. Wenn ich hier Nahrung und so nach oben gehe und Wasser. Heißt das, ich habe einen größeren Wasserspeicher oder ich habe weniger Durst? Gehen weiter auf die Ausdauer. Zwei Level noch, Leute. Was haben wir denn jetzt dazu bekommen? Eine Flinte. Oh Gott, da brauchen wir auch Metall dazu, ne? Harz-Sammler. Schlag dies in einen großen Baum um sein Harz. Jetzt bekommt Zement. Okay. Kanone. Hier gibt es wieder neue Kleidung. Ankylosaurus-Sattel. Wenn ich wüsste, was ein Ankylosaur... Zielfernrohr. Brauchen wir auch wieder Kristall dafür. Das sind Revolver-Ku... Baumplattform aus Holz. Wir können ein Baumhaus bauen. Geil. Schwert. Ich habe 50 Metallbarn. Bist du wahnsinnig. So, erstmal tauschen wir die jetzt gegen den Bogen aus. Und jetzt die große Frage. Ja. Wir brauchen nicht extra Bolzen, so wie es bei anderen Spielen ist. Nicht extra Munition für... für die Armbrust, sondern das geht so auch. Okay. Wie viel Metall haben wir jetzt? Acht. Hier können wir uns jetzt noch ein paar Narkose-Pfeile herstellen. Ähm. Zehn Stück ist halt nicht viel, ne? Wir brauchen wieder Bolas. Leder und Stroh. Leder und Stroh haben wir gesagt. Drei Stück... Ja, die sind echt teuer. Was fehlt uns denn da? Fasern? Haben wir keine Fasern mehr? Haben wir hier noch Fasern? Haben wir auch keine Fasern mehr. Die 11 Holz brauchen wir da auch nicht drinnen. Gehen wir hier dazu. Oh. Was braucht man für die Plinte? Plinte. Schrotflinte. 95 Metallbahn. Oh Gott. Also wir haben da echt ein Problem, ne? Wir haben ein gewaltiges Eisenproblem. ein Eisenmangel. So, jetzt gehe ich erst mal hier wieder ein bisschen Fasern sammeln. Achso, warte mal. Wir haben ja nicht eine Sichel gelernt. Zum... Sammeln von so Zeug. Nacko-Bären kriegen wir hier auch. Das ist auch gut. Brauchen wir eh auch. So, nur nicht zu weit jetzt gehen, Marito. Werd nicht zu mutig. Es ist Nacht. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr da mit dem Eisen macht, damit ihr mehr Eisen bekommt. Es gibt ja so Resource Maps und Spawn Maps hier, habe ich gesehen. Äh, ich möchte aber nicht davon Gebrauch machen, ehrlich gesagt. Wenn ich mir was selbst nicht erarbeiten kann, dann, ihr Lieben, bin ich auf euch angewiesen. Dann seid ihr am Zug. Und wirklich nur im Ausnahmefall im Wiki. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Mal Wiki geschaut, weil eben noch keine Videos da sind, beziehungsweise weil ich sie noch so am vorproduzieren bin. Ich fange jetzt im August mit dem neuen Job an und deswegen wird quasi der ganze August bei allen Projekten mal vorproduziert, bis dass ich weiß, wie sich das zeitlich einpendelt. So, gleich sind wir überladen. So. Und wir gehen... Wo? Was war das? Was war das jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, leg dich nicht mit meinen Dinos an. Komischer Vogel. So, Narko-Bären haben wir gleich hier rein. Ah, nicht viel, ne? Ähm, wegen was habe ich jetzt die Fasern gesucht? Wegen was habe ich jetzt so viel Fasern gebraucht? Fuck. Jetzt im Ernst, Leute? Was wollte ich nicht gerade bauen? Maisam. Keine mittleren und grossen, ja, ich habe keine mittleren und grossen, ich habe nur kleine Pflanzkisten. Was wollte ich nicht jetzt bauen? Was sind das? Tinto-Bären-Samen. Ey, was wollte ich gerade bauen? Bolas! Bolas! Ei, Caramba! Bolas wollten wir bauen. Leder und Stein. Drum hatten wir auch Leder und Stein. So. Ey, manchmal bin ich echt verpeilt. Ja, mach zehn Stück. Das heißt, vier legen wir da hin. Okay. Dann haben wir alles soweit zusammen für die nächste Folge. Wir wollen Level 38 werden, so ein Flugsaurier 10 und dann geht's auf Erkundungstour. Und bis dahin, ciao, Baba, euer Marito. Und bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020